So liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute wird es sehr, sehr, sehr besonders. Dieses Auto hier habt ihr so definitiv noch nicht gesehen, das schwöre ich euch. Ja, das hier innen drin sieht aus wie eine ganz normale E-Klasse. Das ist auch quasi eine ganz normale E-Klasse, aber irgendwie auch doch wieder und zwar überhaupt gar nicht eine normale E-Klasse, denn das hier ist die E-Klasse au terrain 4x4 hoch 2. Das ist was, was du definitiv niemals mit einer ganz normalen E-Klasse machen kannst. Mit dieser E-Klasse hier allerdings schon, denn wir haben sage und schreibe 42 cm Bodenfreiheit und das, weil die Kollegen von der Daimler AG in diese E-Klasse, alter ich schwimme fast, in diese E-Klasse Portalachsen eingebaut haben vom G 4x4 hoch 2. Dieser 4x4 zum Quadrat ist natürlich ein absolutes Einzelstück. Es ist ein Prototyp, aber es gibt einen im Daimler-Konzern, der gesagt hat, das will ich bauen, das machen wir jetzt. Das mache ich jetzt einfach und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und diesen bekloppten Typ mit dem positiven, bekloppten Hirni, den gucken wir uns jetzt mal an. Jürgen Eberle, dein Auftritt. So Jürgen, dann komm mal ran und erklär mir mal bitte, wie du auf diese Idee gekommen bist. Servus. Ja, wir haben einfach mal uns inspirieren lassen, was so beim Daimler geht, was es für Autos gibt. Es gibt den G 4x4 Quadrat und da haben wir ein bisschen abgeguckt. Wie das Auto da steht, vollkommen von einem anderen Stern. Mischung aus G und E-Klasse. Wie viel breiter ist der? Also wir haben an jeder Seite 10 Zentimeter Kotflügel noch dran gebaut. Sprich, wir sind bei 2,10 Meter. Breiter als die Außenspiegel auf jeden Fall. Da muss man in der Baustelle schon ein bisschen aufpassen. Ja, muss man ein bisschen gucken. Und wie viel höher ist er geworden? 42 Zentimeter sind wir. Die Serie hat so 160 Millimeter. Das ist die Bodenfreiheit, 42 Zentimeter. Genau. Wir haben 20 Zentimeter höher gelegt, so kann man sagen. Jetzt habe ich natürlich eine Frage. Jetzt sind wir in so einem Offroad-Gelände. Glaubst du, Jürgen, dass ich den heute noch kaputt kriege? Ich glaube nicht. Für das Gelände hier. Wollen wir es ausprobieren? Lass uns fahren. Okay. Also du hast gesagt, ich kriege ihn nicht kaputt, oder? Nein, das soll hier gar nicht gut gehen. Darf ich das ESP auch ausmachen? Ja, einfach mal spielen. Ich darf spielen, ja? Du weißt, was passiert, wenn ich anfange zu spielen? Ich schrei dann. Du schreist dann, okay. Aber er geht gut vorwärts. Was hat der für einen Motor drin? 400er hast du gesagt. Wir sind 400er. Eigentlich ein Serienmotor. Ein Serienmotor mit 333 PS, V6 Biturbo. Genau. Und ich finde, der schiebt gut an. In die Richtung. Grob die Richtung, sagt der Jürgen. Könnte ich da rund durchfahren? Genau. Noch langsam runter. Setzen wir nicht auf, oder? Ich glaube nicht. Wir haben ja bodenfrei. Ja, bei der Böschungswinkel. Vornehmen. Ich hätte jetzt gedacht, hinten setzt der Stoßfänger auf, aber da ist gar nichts, was aufsetzt. Hier würde ich ja auch mal gerne hochfahren, ne? Das geht nicht. Das ist G-Modell oder eigentlich Unimo-Krampe. Wir fahren hier durch einen zugefrorenen See, der aber nicht so dick ist, dass wir drüber fahren, sondern wir fahren durch das Eis. Das ist ein Eisbrecher. So, das ist jetzt mal eine ordentlich steile Auffahrt hier. Das ist unglaublich, Jürgen. Wie absolut abgefahren geil ist das bitte. Können wir hier auch noch mal schräg fahren? Hier mal hoch, oder was? Langsam mal hochfahren. Dann schauen wir mal. Können wir hier gucken. Schrägfahrt finde ich das Allerschlimmste, das es gibt im Offroad. Da habe ich immer ein ganz ungutes Gefühl. Kleine aus der Komfortzone. Ja. Deine ist vielleicht schräg, aber nicht so schräg. Meine Komfortzone ist eher quer, nicht schräg. Wie kommt es dazu, dass dein Chef das erlaubt hat? Normalerweise hast du doch da gerade ein anderes Auto entwickelt. Und dann ist dir das in den Kopf geschossen. Dann bist du mit irgendeiner Skizze zu deinem Chef gelaufen und gesagt, guck mal, da hätte ich Bock drauf. Oder wie war das? Gut, ich bin ja ein CAD-Entwickler, sprich meine Skizze ist dann wirklich eine CAD-Konstruktion. Ich habe einfach Teile aus dem großen Regal, den wir haben, quasi einfach an unser Auto angeschoben und geguckt, wie könnte das da wirken. Dann haben am Ende Kotflügel gefehlt. Dann habe ich halt Kotflügel gekonstruiert und dann gab es ein Bild. Und das war dann deine Skizze. Damit bin ich zum Chef gegangen und dann haben wir gesagt, ja. Was hat der Chef gesagt? Was hat der Chef als erstes gesagt? Geil. Ernsthaft? Das war das Einzige? Geil. Und dann hat er gesagt, ja okay, du darfst ein bisschen, mach mal. Oder wie? Dann haben wir halt geguckt, ja. Was steckt da dahinter? Was kann man machen? Und dann haben wir halt mit einem kleinen Budget mal losgelegt. Und dann habt ihr einfach entwickelt? Dann haben wir geguckt, kann ich denn an die moderne Achse von der E-Klasse auch, sagen wir mal Komponenten anbauen, die man sonst halt von der Starachse kennt. Mit so G-Modell eben. Ja und hat das dann einfach gepasst oder wie? Das hat am Anfang natürlich gar nicht gepasst. Aber ich bin dann einfach mal im Konzern hausieren gegangen und habe mir aus jeder Fraktion immer jemanden gesucht, der mir da unterstützen kann. Da können wir hochfahren? Das Problem einfach. Ja gut, ich meine für ein G ist das ja kein Problem, aber für eine E-Klasse? Problem ist einfach. Was ist drin der Hängsam? Wir können auch noch hochfahren nachher. Müssen wir denn hochfahren? Ich glaube nicht. Ihr müsst euch das mal angucken, ne? Das ist hier gröbstes Gelände. Und wir fahren dann mit der E-Klasse um. Schön langsam. Wühlt sich da lang. Und das ist tatsächlich, vom Antrieb her ist das quasi ein G 4x4. Also vom Antrieb, sprich Motor, Getriebe ist es eigentlich das, was eine E-Klasse Allrad hat. Aber vom Allradantrieb her ist es ein G 4x4. Das kombinieren wir dann mit einem Portalgetriebe, das dann im Rad quasi nochmal untersetzt. Portalachse hast du gesagt. Genau. Was genau ist eine Portalachse? Also letztlich sprechen wir über ein Portalgetriebe. Das ist quasi so eine Getriebeeinheit im Rad drin, das dann so diese Antriebswellenlage nochmal untersetzt. Auf die, wo es dann raus geht ins Rad. Und diese Höhendifferenz, das ist im Prinzip der Zugewinn. Okay, also das ist normalerweise meine Achse. Genau. Da kommt die Antriebswelle raus und da montiere ich mein Rad. Genau. Jetzt nehme ich dein Rad. Ja. Setze es tiefer. Und dann ist hier eine neue Welle. Dann brauche ich noch ein kleines Zahnrädchen dazwischen. Okay. Und das ist dann meine Höhendifferenz. Also hier sind Zahnräder, die verbinden die Antriebswelle mit dem Rad, was aber eigentlich da unten sitzt. Mit dem neuen Rad. Genau. Und dadurch habe ich hier ganz viel Bodenfreiheit. Wo können wir uns diese Portalachse mal angucken? Ich will da mal drunter gucken. Wir können uns einfach irgendwo einen Hügel suchen. Was machen wir da hoch? Mittig hoch. So, oder was? Und dann irgendwann arbeitet. Dann strang sich da hoch. Ich glaube, wir sind oben. Ja, sind wir. So Jürgen, Portalachse in Action. Zeig mir, wie das funktioniert. Also wir haben es uns schon erklärt, aber jetzt wollen wir es sehen. Genau. Wir haben ja praktisch die Antriebswelle hier oben, die im Prinzip weiter oben ist, wie die Radmitte. Genau, da wo die normalerweise auch rauskommt. Die Radmitte wäre jetzt ungefähr auf der Höhe. Und im Prinzip haben wir dann hier noch ein Zwischengetriebe, das dann einen Höhenausgleich bildet. Und so kommen wir weiter runter. Haben wir einmal da gewonnen an Höhe und wir können auch ein größeres Rad noch aufbauen. Wir müssen jetzt mal ganz kurz einen Schritt zurücktreten, Jürgen. Und uns das Ganze nochmal von außen angucken. Und du lachst selber, ne? Ja. So habt ihr eine E-Klasse noch nie gesehen, Leute. Komm, wir fahren weiter. Es ist jedes Mal wirklich unglaublich. Du fährst wieder irgendwo hin, denkst du so, geht das? Und dann probierst du es und es geht. Also es ist auch für uns jedes Mal überraschend gewesen. Wenn ich mit Kollegen gefahren bin, wir haben dann auch gedacht, okay, das geht ja nicht. Das ist ja eine E-Klasse. Wir sitzen ja auch in einer E-Klasse und denken so, das kann nicht sein. Und dann fährt man hoch und denkt, ja, da war noch Luft. Wie lange hat das insgesamt bedauert von deiner ersten Idee, bis das Fahrzeug fertig war? Also wir haben am Ende vielleicht so sechs Monate wirklich entwickelt. Sechs Monate nur? Aufbau waren sechs Wochen. Und wir hatten sogar beim allerersten Mal losfahren, wir hatten eine handgeschweißte Zahnrad-Antriebswellen-Konfiguration, die dann gebrochen war, direkt beim ersten Losrollen. Oh, nee. Und dann haben wir aber innerhalb von einer Woche uns neue Zahnräder machen lassen. So, was ja alles auch, das geht ja gar nicht. So, wenn man jetzt bei einem Zahnradlieferat anfragt, dann brauchst du in einer Woche neue Teile. Die kriegst du ja nochmal. Dann lachen die und legen auf, ne? Aber es gab halt immer jemanden. Es gab auch da dann jemanden, der einfach Benzin im Blut hat und sich dafür begeistern können. Jetzt können wir hier schon eine Abfahrt. Das ist die, die wir von unten vorgesehen haben. 70 Prozent? 70 Prozent, genau. Dann fahr ich einfach runter. Ja. Fahrst du halt ein bisschen langsam. Darf ich noch aussteigen? Willst du auch steigen? Nee. Schön langsam. Ja. 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 Jetzt langsam vorarbeiten. Jetzt müssen wir die Strecke sehen. Da kommen kleine Löcher. Einfach dann auf der Bremse bleiben. Langsam durch. Ja, da haben die auch noch so Dinge aufgebaut. Genau. Das war super hauptsächlich. Da gibt es natürlich noch so Aussparen, wo dann noch ein bisschen Verschränkung dazu kommt. Das ist so eine neue Perspektive für so eine E-Class. Woher kommt deine Passion für tatsächlich ein Offroad-Fahrzeug zu machen? Also ich kann es gar nicht wirklich sagen. Ich bin so ein bisschen dran reingewachsen. Irgendwann hat es dann angefangen mit Geländewagen. Mit GLC finde ich total toll. Dann jetzt ein G-Modell. Und so bin ich da. Dann habe ich es irgendwie verschmeckt. Und was treibt dich da an? Ist das denn die technische Machbarkeit einfach? Ja. Eigentlich ist das Tüfteln. Das Tüfteln. Dieses, dass es am Anfang gar nicht ging. Das ist ja genau der richtige Antrieb. Ja. Deshalb ist es ja spannend. Wenn das da einfach gegangen wäre, wäre es ja langweilig. Dann könnte das ja jeder machen. Also Jürgen, großes Kompliment. Ich finde das grandios, dass sowas geht. Dass ihr sowas dann auch macht. Finde ich einfach absolut perfekt. Es ist toll, dass sich so ein Team dann zusammen befindet. Ja. Sicher ist das nicht immer einfach. Aber es hat immer irgendwo jemand mitgemacht. Dann haben wir es, oder? Ich drehe noch eine kleine Runde, ja? Danke Jürgen. Dann gute Fahrt. Bevor ich den wegpacke, drehe ich natürlich noch eine ganz, ganz kleine Runde, ne? Dieser Hügel. Ich will diesen Hügel machen. Wo ist dieser Hügel? Der Jürgen hat gesagt, der Hügel geht nicht. Aber ich sage, der geht. Der Herr Quadrat kann alles. Wir hatten schon extrem steile Sachen. Wir hatten schon extreme Schräglage. Wir hatten extreme Böschungswinkel. Und jetzt kommt der böse Teil. Den, den ich eigentlich nicht fahren darf. Aber ich will ihn. Ich will ihn einfach nur bezwingen. Den Betonberg, der eigentlich für ein Onimog gemacht ist. Alter Schwedester Stein. Station 12. Auffahrt 75%. Alter, ich gucke nur noch in den Himmel. Ich gucke nur noch in den Himmel. Und ich weiß nicht, wo ich lang fahre. Okay, jetzt kippt es. Also ein bisschen langer machen. Ein bisschen mit Linksbörsen vielleicht. Alter! Okay, das ist jetzt das steilste Stück. Und ich gucke komplett ins Wasser. Ich reiße mir doch jetzt garantiert die Frontschütze ab. Wenn der die Frontschütze abreißt, reißt der Jürgen mir den Kopf ab. Es geht! Wir sind durch, Leute! Mit einer E-Klasse! Ich will so ein Teil haben! Stell dir mal vor, damit fährst du im Kindergarten vor! Alter! Das war heute der Fazit. O-Ton! Tschüss, Leute! Es geht, Jürgen! Ich hab's dir gesagt, er geht! Wollen wir gleich nochmal? Und dann mach banner! Mach-la! Mach-la! Na leider! Und dann mach das Lver! Der Ring der Wind. Mach-la! ua! Und dann mach das Lver! Daher! Cha!